Am Montagabend begrüßte Trainer Jürgen Ehrmann seine Mannschaft zum Start in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Allianz Frauen Bundesliga. Die Vorbereitung ist eingeteilt in zwei Blöcke. Wir machen jetzt den ersten Block mit dem Abschluss dann in Österreich in Schargunz. Dann haben die Spieler noch mal einen kleinen freien Raum von sechs Tagen und danach startet dann der zweite Block mit dem Trainingslager in Neunkirchen im Odenwald und mit einigen Vorbereitungsspiele natürlich dazwischen und mit vielen Trainingseinheiten. Bei der öffentlichen Trainingseinheit am Montag waren 18 Spielerinnen mit dabei. Es fehlten lediglich Isabella Hattek und Michaela Specht, die sich aktuell mit der U19-Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft vorbereiten und Leonie Pankratz, die die Sommerpause auf Island verbringt und dort Spielpraxis sammelt. Dafür neu dabei der einzige externe Neuzugang, Scharren Beck von Bayer 04 Leverkusen sowie Selina Häfele und Tabea Wasmuth, die aus der zweiten Mannschaft aufrücken. Ja, ich meine, das ist die logische Konsequenz, dass man halt die Nachwuchsarbeit, die ja hervorragend ist, hat man ja gesehen, U17 war jetzt wieder im Halbfinale, unglücklich ausgeschieden und die zweite Mannschaft souveräner Meister der zweiten Liga. Und dann kannst du natürlich hier nicht, brauchst du nicht extern so viel machen. Außerdem ist ja der Kader, den wir hier haben, mit dem sind wir ja zufrieden von der Einstellung und von der Trainingsbereitschaft. Und deshalb haben wir hier nur einen Neuzugang getätigt, einen Externer, plus die zwei Selina Häfele und Tabea Wasmuth aus der zweiten Mannschaft. Und da sind sicherlich noch einige Kandidaten hintendran, die auch hoch wollen. Die ehemalige deutsche Junioren-Nationalspielerin Scharren Beck war zuletzt drei Jahre in Leverkusen und möchte nun hier in Hoffenheim den nächsten Schritt machen. Die Beweggründe waren eigentlich, dass es sehr familiär hier ist. Das war auch der ausschlaggebende Grund, warum ich hier jetzt mal unterschrieben habe. Und ich denke einfach, das ist der nächste Schritt. Ja, für mich persönlich halt jeden Tag sich zu verbessern, mit der Mannschaft gutes Mittelfeld zu erreichen und ja, sich von Tag zu Tag einfach zu verbessern. Neben dem Fußball macht sie hier nun auch noch eine Ausbildung. Ich mache hier noch eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskauffrau und ja, heute hat mein Ärzten- und Arbeitstag und das war auch sehr schön. Eine weitere neue im Erstligerkader ist Selina Häfele. Die 20-Jährige spielt bereits seit 2009 in Hoffenheim und war ihre letzte Saison als Kapitänin die Meisterschaft in der zweiten Liga und wurde nun in die erste Mannschaft hochgezogen. Ich würde sagen, das mit der zweiten Mannschaft, die Meisterschaft war natürlich ein Triumph für mich. Einfach ein gutes Gefühl, ein guter Abschluss. Ich meine, man fühlt sich nicht gut nach einer Meisterschaft. Jetzt erste Mannschaft, erste Kader finde ich natürlich super. War natürlich auch mein persönliches Ziel, immer weiterzukommen, mich persönlich auch weiterzuentwickeln. Ich werde hier auf jeden Fall alles raushauen, was ich kann, mich versuchen, so gut wie möglich weiterzuentwickeln und natürlich auch irgendwo meine Spielzeit zu finden und einfach dem Team helfen zu können. Das ist mein Ziel. Auf ein genaues Ziel wollen sich aber weder Sie noch Trainer Jürgen Ehrmann festlegen. Fest steht nur, dass man sich weiterhin verbessern will. Das Ziel von der Mannschaft haben wir persönlich eigentlich auch noch nicht so festgelegt. Wir sagen uns nicht, ja besser wie letztes Jahr, natürlich auf jeden Fall nicht schlechter. Aber so ein richtiges Ziel können wir natürlich noch nicht sagen. Wir probieren natürlich auf jeden Fall besser zu werden wie letzte Saison, aber natürlich einfach, dass jeder sich auch noch mal weiterentwickelt. Wir waren jetzt diese Saison, obwohl wir zwei Punkte mehr hatten wie letzte Saison, haben wir uns sogar platztechnisch verschlechtert. An dem würde ich es jetzt nicht festmachen. Wie gesagt, die Zielsetzung, die gehen wir kurz vor der Runde aus. Man kann sich ja grundsätzlich immer verbessern. Das ist ja nicht die Frage. Und das haben wir auch die letzten acht Jahre kontinuierlich so vorangetrieben, dass wir immer wieder einen Platz besser oder aufgestiegen oder einen Punkt mehr oder zwei Punkte mehr. Die neuen Ziele werden wir jetzt im Laufe der Vorbereitung mit der Mannschaft erarbeiten, weil das muss ein gemeinsames Ziel sein. Aber sicher wollen wir uns natürlich nicht verschlechtern. Nach dem Training fand ein gemeinsames Grillfest von Mannschaft, Funktionsteam, Presse, Sponsoren und Fans statt, mit dem die Vorbereitung auf die neue Saison eingeläutet wurde. Mit dabei war unter anderem auch das Atviva Handbike Team. Mit dabei war unter anderem auch das Spiel des Worksponsoren. Wie gesagt, das ist toll, weil das One das answeringITH im Laufe dem局 nicht schon neu ist. Vielen Dank.